Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loft Paper und ich habe jetzt wieder was für George mit. Ja, ich habe ja bereits angekündigt, das was ich in dem Sonnenblumen Notizbuch, Junk Journal, Gedöns gemacht habe, wollte ich einzeln auch noch für George machen. Den einen Teil habt ihr letzten Sonntag gesehen und den zweiten bringe ich jetzt mit euch hier rein. Nur mal vorab, nicht wundern, wenn ich zwischendurch eine kleine Video-Unterbrechung haben sollte. Ich warte nämlich noch einen Anruf, der reinkommen könnte. Ich muss mal schauen, ob ihr im Bild seid. Das wäre blöd, wenn nicht. Der Anruf könnte reinkommen, während dieses Video läuft. In dem Fall würde ich natürlich kurz unterbrechen und euch nicht mit meinem Anruf beherrlichen, soweit, also inhaltlich. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit, dann macht das herzlich gerne. Ich freue mich. Schreibt mir Kommentare und Co. Ich freue mich über jeden Austausch. Schon mal vorab die Maße hier, anders als bei dem anderen Notizbuch. Und ich hatte euch ja angekündigt, dass jeder, der möchte, sich von mir die Anleitung vom Notizbuch bei mir organisieren kann, entweder per Facebook oder per E-Mail an varialovespaper.gmail.com zusammengeschrieben. Und ja, ich habe schon ein paar Anfragen von euch bekommen und habe auch die Sachen rausgeschickt. Falls euch das jetzt beißt und ihr sagt, boah, ich hätte gerne die Anleitung, schiebt mal rüber. Mach ich. Schreibt mir per Facebook oder per E-Mail. Okay. Jo, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe diesmal nicht Sonnenblumenpapier genommen. Ich habe diesmal hier so ein Kosmos-irgendwas-Gedönspapier genommen. Und das habe ich von Teddy, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, auf jeden Fall soll das hier einziehen in George. Ich habe schon ein bisschen gestanzelt. Ich habe alles schon vorbereitet, Leute, designtechnisch. Kriegt ihr selber hin. Ich wollte es jetzt noch einmal mit euch zusammenbauen, dass ihr das Schritt für Schritt diese Seite hier habt. Und das zieht dann hier ein. Ich lege nochmal eben mein Lesezeichen hier rein. Lege George zur Seite, weil ich würde das ganze Gerät nämlich einmal zusammenbauen. Und diesmal ist der Nähverschluss ein bisschen anders. Dementsprechend schaut euch das einfach an. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ihr habt gesehen, wie ich letztes Mal dieses anderen Fold-Out da gemacht habe. Und da habe ich dann gar keine Magnete benutzt, sondern nur Bänder. Und dieses Mal hier habe ich wieder Magnete am Start. Und keine Bänder. So, ich habe auch vorher schon mal geprüft, ob das mit dem Magneten funktioniert. Also, funktioniert in dem Sinne, sind sie haltbar genug. Das hier ist dieses Einschubkärtchen. Das würde ich jetzt einmal kleben und an die Seite legen. Dann ist das nämlich fertig. Danach baue ich das ganze Ding mit euch zusammen, weil ich als allerletztes den unteren Magneten anbringen möchte und muss. Und bevor ich das Ganze nämlich ins Journal einklebe. Dementsprechend machen wir das ein bisschen anders, als ich das mit einem anderen Journal gemacht habe. Aber ganz ehrlich, auch die Reihenfolge. Macht die, die ihr machen wollt. Die, die euch, sag ich mal, liegt. Weil ich neige dazu, jedes Mal, wenn ich das gleiche Projekt mache, sei es in anderen Farben, oder wie auch immer. Wusch, piep, egal. Ich neige dazu, dass ich dann, wenn ich das gleiche mache, das auf unterschiedliche Arten und Weisen tue. Und unterschiedliche Wege nehme. Einfach, weil es mir sonst zu langweilig wird. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier die Mitte treffen. Die Kante, ja, so halb, ne. Kopf, äh, Kopfmaß, sag ich schon, Augenmaß, ist so ne Sache. Denk mal, das wird so ungefähr gehen. Also damit werde ich mich nicht blamieren. So, dann habe ich hier nämlich so einen kleinen Tab zum rausziehen. Damit bin ich ganz happy. Ich habe das vorher schon distressed, habe schon ein bisschen gestanzelt. Und so darf das dann nachher als Schreibkärtchen, als zusätzliches einziehen. So, dann habe ich einmal den Einschub, sozusagen, und habe dieses, dieses Gerät, was dann hier den ersten Flagg bildet. Und in meinem Sonnenblumenpapier hatte ich nämlich hier einen Magneten drin und danach bei dem Hochklappteil noch einen. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass ich genau einen Magneten hier reinbaue und nicht mehreren. Dementsprechend würde ich jetzt einfach hier beginnen, obwohl andererseits, ich bin auch ein bisschen doof. Jetzt habe ich das hier umso schön gestanzelt, das werde ich gleich überkleben. Aber egal, ihr werdet es sehen. Wir machen den Spaß jetzt einfach. Wie machen wir den dann? Ich fange jetzt so an. Ich lege mir den hier hin. Ich habe diese vier. Und die werde ich untereinander hier Stück für Stück draufbringen. So wie ihr das bei dem Sonnenblumenpapier auch schon gesehen habt. Also da ist nichts anders dran. Da kommt einfach wirklich Flap für Flap für Flap das Ganze an die richtige Stelle. Ich habe es hier ein bisschen übergeklebt. Ich habe es jetzt so vorbereitet, dass ich hier für euch alles so weit beisammen habe, die wichtigsten Sachen noch kleben muss. Sonst haben wir wieder so ein Riesenvideo. Wichtig an der Stelle. Dekoriere das Ding, wie du lustig bist. Ich habe hier ein Papier genommen, was ich gekauft habe. Ich habe dieses Papier nicht doppelt genommen, so wie beim Sonnenblumenpapier. Da habe ich nämlich die Sonnenblumenseite genommen und habe weißes Papier nochmal draufgeklebt. Es ist wesentlich stabiler, wesentlich fester geworden. Aber natürlich auch wesentlich dicker. So und das ist auch der Grund dafür, warum ich das hier jetzt ganz simpel mache und ein Papier nehme, wo ich auf der Vorderseite das Design habe. Jetzt an dieser Stelle ist das die Vorderseite. Und auf der Rückseite dann Platz zum Schreiben. Und ich habe da jetzt nicht noch irgendwelche weiteren Designs irgendwie dran gepackt, dass ich, keine Ahnung, jetzt noch irgendwelche Streifen farblicher draufklebe. Ich habe erst überlegt, nur alles das, was ich jetzt hier noch dazu mache, im Streifen-Sinne. Ich gucke mal, ob ich hier noch ein Bildausschnitt finde. Das sieht ganz gut aus. Alles, was ich hier dazu mache, noch Streifen, Klebchen, was Rundes, was Hübsches, was hier und da, das trägt noch mehr auf. Und wenn man das Ding hier benutzen möchte, um es einfach als Part, als Teil im eigenen Journal zu führen, dann finde ich einfach, dass das schon ziemlich viel Raum einnimmt, im Sinne von dick. Und je dicker, also je, ich sag schon, je mehr man übereinander klebt, desto dicker wird es. Und desto voller hat man dann sein Gender geknallt, also desto mehr Crocodormauf generiert man dann damit. Dementsprechend. So. Oh, jetzt bin ich aus dem Bild. Auf jeden Fall rausgerutscht, aber wir sind ja erst beim zweiten. Beim zweiten von vier, ne? So. Und der große Clou mit dem Magneten kommt noch. Und zwar nachdem ich die hier alle eingebaut habe, werde ich den Verschluss, also die andere Klappe machen und da drin wird dann der Magnet aufgehen. Hier werdet es gleich sehen. Wenn ihr das im Sonnenblumen-Notizbuchjournal oder Dingenskirchen nicht mehr so richtig auf dem Schirm habt, guckt euch das gerne nochmal an oder vertraut einfach den Prozess an dieser Stelle. So. Beim nächsten muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier kann ich noch so schön schieben. Hier klappe ich das einfach untereinander, klicke das an und habe das hier so ein bisschen dran geschoben. Beim nächsten werde ich das hier sauber machen müssen, weil sonst habe ich hier nämlich einen Streifen, also einen Streifen als Kante. Deswegen mache ich das mal direkt so, knicke das direkt um, dass ich es gleich so anlegen kann und gar nicht mehr rumrutsche damit. Weil durch rumrutschen kommt natürlich Kleber dahin, wo es nicht hin soll. Dementsprechend möchte ich das bei der letzten Klappe hier vermeiden, damit es wirklich hübsch und feiner darunter ausschaut. Klebe die Du. Klebe die Du. Klebe die Du. Klebe die Du. Ein bisschen gucken. Anupheilen. Rechts-Links verschieben ist nicht ganz so schlimm, aber oben unten würde mir jetzt hier ein bisschen Ärger machen. Jetzt müssen wir das natürlich so schieben, dass das hier nicht komisch absteht. Du kommst hier weiter rüber. So Schatzi, jetzt passt das sehr schön. Und jetzt ist auch der Effekt eingetreten, ich haben wollte, dass hier unten das Gestänzelt noch rausguckt. Sehr schön, sehr schön. Genauso war es geplant. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Was wollte ich dann eben sagen? Hier. Das Schatzi soll hier drauf und mit einem Magneten verschließen und geht dann so auf. Dafür habe ich einen Streifen. Dafür habe ich einen Streifen. Eigentlich hatte ich nur einen zweiten Streifen. Den habe ich jetzt irgendwie weggeräumt. Warum eigentlich? Ich habe einen Streifen. So, der hier war's. Und zwar würde ich das hier reinpacken. Und dann einen Streifen da rein. Also ursprünglich hätte ich das hier viel länger geplant. Also, dass der Bereich hier viel länger wird, dann ist mir aufgefallen, George ist gar nicht so lang. Also, groß. Alles, was ich meine. Und dann habe ich das einfach gelassen. So, mein Plan ist, dass ich hier diesen Flap mit reinpacke. Also mit einklebe. Und dass er dann unter dem ganzen Werk, also unter dem letzten Element quasi drunter kommt. Das heißt aber auch, ich muss mir hier, muss ich mir mein Element dann kürzen. Das kann ich aber dann machen. Oder ich kann das auch komplett um die Ecke ziehen. Wie auch immer. Jetzt müsste ich mir hier meine kleine Markierung setzen. Habe ich jetzt noch einen Stift hier irgendwo? Eine Markierung für die Mitte setzen. Dass ich das auch an die richtige Stelle bringe. So, jetzt möchte ich einmal wissen. Klappt so rum auf. Gefällt mir. Ein bisschen rede ich in Rätseln, aber komm. It's a junk journal, you know. Da denkt sich jeder seinen Kram, wie er das lösen möchte. Okay. So, ich habe jetzt hier die Stelle. Und ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß. Warte mal. Das kommt so. Das kommt so. Genau. Ich glaube, ich rutsche hier aus dem Bild raus. Seht ihr nicht mehr ganz so viel, außer meinen Arm. Seid euch gewiss, ihr werdet gleich wieder ins Bild geholt. So. Also, dieser Schatz klappt hier so rum. Und hier möchte ich das Ganze natürlich senkrecht drauf bringen. Also, der ist mittig. Einmal einen kurzen Check. Habe ich einen rechten Winkel. Oh, was ein geiles Augenmaß, oder? Kann man schon haben. So. Nun ist mein Plan. Das klappt hier hoch. Hier kommt ein Magnet rein. Und den würde ich auch genau hier oben relativ weit nach oben mittig setzen. damit er einfach möglichst stabil hier drin wohnt. Also, ich werde mir... Ich sage jetzt einfach mal, da hätte ich ihn gern. So, bei dem hier ist es noch egal, worum ich es mache. Wichtig ist... Mittig ist ein bisschen anders. Wichtig ist natürlich, dass ich den anderen, also den Gegenmagneten, dann richtig, richtig mache. Also, dass er zu diesem hier passt. So, der Plan an der Stelle ist... Erstmal alles schön einbalsamieren. Inklusive Magnet. Jetzt habe ich hier zwar noch meinen kleinen Kleberpinsel, aber ihr werdet diesen kleinen Moment hier überstehen. einen kleinen Moment, in dem ich hier das ganze Ding mit einem kleinen Pinsel einpinsel und nicht den großen. So. Das Wichtige an der Stelle ist, also das Papier hier, das ich genommen habe, ist nicht ganz so dick und stabil wie das, was ich für das Sonnenblumenpapier genommen habe. Mal abgesehen davon, dass ich das Sonnenblumen- Journal, Notizbuch, Dingenskirchen habe ich ja auch nochmal doppelt genommen. Also, da habe ich ja noch sowohl den, sagen wir mal, die Textseiten, also die Blankoseiten für Text, als auch die Sonnenblumenpapiere aufgeklebt auf eine eh schon stabilere Pappe, also so ein Cardstockgedöns. Das heißt nämlich auch, dass wir hier mit einem wesentlich fragileren Konstrukt arbeiten, was nicht soweit schlimm ist und ich vermeide hiermit die also ich doppelt es nicht auf, es ist nicht so stabil. Kontrapunkt, positiver Punkt, ich habe nichts, was hier na, sag schon, was hier irgendwie sich so rumwellt, also außer dieses Teil hier, aber es ist das einzige, was ich flächig klebe. So. Und ich klebe es so, dass das hier genau drauf passt, also haargenau, die Arsch auf, einmal bei meinem Plan auf jeden Fall, geht hier auf, so, so, lässt sich auf jeden Fall an. So, und dadurch, dass die Klappe so flappt und der Magnet von unten zieht, wird er sich jetzt hier auch nicht lösen, sondern einfach gemütlich hier zwischen den Papieren wohnen. So. Dieses Herzchen kommt dann so hier drauf. Dieses Herzchen. Hm, jetzt hexe ich hier auch noch. Ich habe gerade was ganz Leckeres zum Mittag bekommen. Ich will euch jetzt keine lange Nase machen, aber es ist wirklich lecker. So, das flappt hier drauf und taucht denn dahinter. Ich mache es jetzt mal so ein bisschen augenmaßmäßig, also ich baue es mir kurz augenmaßmäßig zusammen. So, für euch zur Erklärung. Ich möchte das hier, jetzt werde ich mir das mal vorstellen, ich möchte das hier so schön mittig, wie ich kann, drauf bringen. So, sieht ganz gut aus. Rechts, links, oben, unten. Augenmaß passt. Dann, ohne was runterzuziehen, knicke ich mir hier den Teil, weil der muss ja hierhinter verschwinden. Dann kann ich den noch ein bisschen kürzen, weil der, wie gesagt, ist den Ursprung ja ein bisschen länger geplant, also ein bisschen kürzer. So, kürze ich mir dann den hier ein Stückchen. Hier ist es auch wurscht, ob es schief ist oder krumm oder was weiß ich. Jetzt kommt ein Teil, da ist das nicht wurscht und zwar würde ich jetzt nämlich genau hier noch ein Stück draufbringen, ich messe jetzt tatsächlich mal, weil sonst sieht das wirklich komisch aus, wenn ich das jetzt falsch mache. Oder zu lange oder zu kurz falsch gibt es da nicht. haben wir genau fünf, machen wir vier und halb, machen wir einmal vier und halb, schnipp, schnapp und das Ganze auch bitte gerade. Was nicht gesehen, was nicht schlimm ist, ich habe meine Guillotine benutzt. So, jetzt haben wir natürlich noch eine Sache vergessen und zwar habe ich diesen kleinen Schnupsi hier nicht distressed. Das kann man natürlich, wird man natürlich noch ändern. Geht ja nicht ohne, ne? so und den hier werde ich auch gleich erst aufbringen, nachdem ich den mittleren Teil aufgeklebt habe, weil auf diese Rundung kommt es ja auch an. So, du kriegst ja auch noch mal eine kleine Runde. Bei dem hier ist es jetzt nicht ganz so wichtig, dennoch der Vollständigkeit halber. der Vollständigkeit halber kriegen auch diese Kanten, weil die Kanten sind weiß, kriegen auch diese Kanten hier ein bisschen Distress-Farbe ab. Der guten Ordnung willen, ne? Der guten Ordnung willen mache ich das jetzt so und dann nehme ich mir diesen kleinen hier schwabbeldiwupp Das soll jetzt auch nur so ein kleines süßes Video sein, um einfach euch mal zu zeigen, hey, ich habe es ein bisschen abgewandelt, ich habe ein anderes Design genommen, ich habe andere Papiere genommen, damit George auch was davon hat. Ermutigung für euch, nehmt das Design, was euch gefällt. so flat fertig. Jetzt haben wir den Hasen hier. Jetzt mal jetzt allererstes schmier Kleber auf meinem Werk, das Uncool. Das liegt so, das kommt so rein, klappt so auf, das heißt, diese Lasche hier beklebe ich, bekleustere ich mit Klebstoff. So, ich bin schon ganz gespannt, was mir jetzt einfällt, was ich noch machen kann. Ich habe auch im letzten Video schon angekündigt, oder das zum wiederholten Mal angekündigt. Ich werde das Buch, was ich meiner Tochter mache, filmen oder einige Sequenzen daraus. Muss natürlich zusehen, dass ich das dann erst ausspiele, wenn sie das Ding auch in Händen hat. Und in der Zwischenzeit werde ich mir ein paar Themen überlegen, die ihr von George lernt. Oder mit George, oder die ich euch zeige, oder keine Ahnung, ihr kennt das wahrscheinlich alles schon. Manchmal ist es jedoch so, dass man sich freut, das Ganze nochmal von einer anderen Stimme erklärt zu bekommen oder von hier mit Zentimetern mehr ist doch nicht ein Inch oder, oder, oder. Jetzt haben wir hier ganz viel Writing Space das Ding, was man gut sehen kann, hier, mit dem gestenzelten. So, fein. An und für sich, ich überlege gerade, an und für sich, weil hier ein bisschen Platz zum Schreiben auch gar nicht ganz verkehrt, aber das überlege ich mir später. Also erstmal geht es für euch darum, hier nochmal ein anderes Beispiel für diese Technik oder für diesen Teil zu bekommen. So, und jetzt bringe ich das hier drunter und jetzt hier unten ist mir das Wurschtpiep egal, ob ich das fünfmal hin und her schiebe oder nicht, weil ich das eh auf deutschen aufklebe, also von daher wäre es dann sowieso egal. Nämlich, ich möchte hier ihr seht, ich möchte das auf diesen Bereich möglichst mittig und sinnvoll aufkleben, also aufbringen. Erst wenn das hier sitzt, wo es sitzen soll und ich finde, es sitzt jetzt, erst wenn das hier sitzt, wo es sitzen soll, dann kann ich auch den Magneten setzen. So, ihr erinnert euch, ist der Magnet drin. Das hier hält hier unten fest. Ist das immer noch gerade? Ich habe es gerade etwas verorgelt mit den Fingern. So, so klebe ich, drehe ich das jetzt einfach auf den Kopf. Zack. Ich nehme mir ein bisschen Scotch-Trip. Ähnlich wie Jutta das immer sagt, nein, ich habe keinen Vertrag mit denen, aber es ist echt gut. Es ist echt gut, weil es unsichtbar ist und vernünftig klebt. Ich habe hier meinen Magneten. Klatsch. Und jetzt weiß ich nämlich auch, dass der Magnet auch richtig rum ist. dieses Klebeband klebe ich jetzt so rum auf, dass meine Einschiebelasche und Einschiebedinges hier, das hier, dann schöner drüber gleiten kann und sich nicht irgendwie aufhängt. mindestens einmal so. Ein bisschen blaue Finger, wie ich gerade sehe und ich mache das auch zur Sicherheit nochmal so rum. Ich hoffe jetzt allerdings, dass es so glatt hier ist, dass es dann wirklich dort rüber gleiten kann. Und auch hier würde ich jetzt das so einbauen, dass die Teile hier, die beiden Seitenteile Schienen sind. Also unter dieser Lasche. Damit die Karte wie auf Schienen hier reingleiten kann und nicht hier an einer Kante hängen bleibt. Wenn die Karte ein bisschen wellig ist, wenn man was draufgeklebt hat, so wie ich bei dem Sonnenblumenjournal das gemacht habe, dann kann das auch so mal nicht funktionieren. Irren ist menschlich. Damit was richtig zu vermasseln braucht man einen Computer. Jetzt haben wir erstmal den Grundzusammenbau gemacht. Jetzt seht ihr, den Flap kann man lösen. Der klappt auch wieder zu. Kann ich ganz aufmachen. Man kann hier blättern. Nach Herzenslust. Schwuppdiwupp. Man kann das auch öffnen. Ja, und wenn man sich das hier so anguckt, müsste mindestens hier jeweils ein kleines Zettelchen noch drauf. Aber wie ich schon zuvor erwähnte, das Ding mit der Deko ist euer Ding. So. Jetzt. George. George, dein Einsatz. Komm, bei Fuß. Komm mal bei dem Mutti. Genau. Ein bisschen Spaß muss sein. Jetzt habe ich erst mal eine... Habt ihr gesehen? Ich habe eine frische, 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 frische Schreibtischunterlage. Ein neues Blatt hier für euch extra herangeschafft. Damit ihr es schön habt, wenn ihr mir hier beim George-Bobasteln zuschaut. So. Meine kleine stille Hoffnung ist, dass ich, wenn ich das Journal von meiner Tochter weitermache, dass mir dann noch so ein paar Ideen so hart über den Weg laufen, dass ich sie direkt umsetzen muss. Und dass ihr dann, sag mal, schon vor dem Geburtstag von den Ideen partizipieren könnt, an den Ideen partizipieren könnt. Und dass ich vielleicht noch ein paar Rückmeldungen von euch kriege. Und vielleicht noch die eine oder andere coole Idee, die ich auch noch einbringen muss. Weil es wird nämlich ein großes, großes Buch. Also wirklich groß im Sinne von gute A4-Größe und es wird ein Doppelbuch. Kann ich jetzt schon mal sagen. Aber mehr verrate ich nicht. Es wird auf jeden Fall... Brauche ich ein paar Ideen, die da einfließen, um nicht nur ein schönes, großes Buch zu machen, sondern auch inhaltlich ein schönes Buch. Ja. Julia und Dani kennen das schon. Also, wie es sein soll. Nicht, wie es sein wird, weil es dann nicht fertig. Aber sie haben schon mal eine Idee davon, was ich da so vorhabe. Ja. Die sind genauso gespannt wie ich. Ob es klappt. So, ich habe auch diese Seite hier ein bisschen gestanzilt. Ich konnte schon mal eben, seid ihr vernünftig im Bild? Jo, seid ihr. Ich habe diese Seite vernünftig gestanzilt. Ups. und bringe jetzt ein bisschen geguckt. Wie viel will ich wovon sehen? Ich möchte ja auch noch, dass der Einschub vernünftig funktioniert. Ja, ich glaube, so bin ich fein damit. so richtig gedrückt wird, ist eh, wenn es im Buch ist. So, dann habe ich hier noch meine Karte, die ich, wie ich eben schon immer getippt habe, wie auf Schienen hier reinschiebe. jetzt hängt es irgendwo dran und hängt es dann rein. Das war, das war hier die Seite. So, das heißt, ihr habt hier so ein, könnt ihr so ein Schnupsel rausgucken lassen. Das Weiß wiederholt sich mit dem Blau umstencilt. Nun wohnt es in George, ein kleines Teil mit Agnete. So, und hier, ihr seht ja, sind die Blätterteile quadratisch geworden, während sie im anderen Journal auch rechteckig waren, weil es viel länger war. Und das hält wunderbar mit diesem Magneten. So, damit bin ich am Ende. Am Ende. Ich bin am Ende. Nein, ich bin fertig und freue mich sehr, eine schöne, ja, Sternenbildkarte für George gemacht zu haben. Und, ja, es hat Spaß gemacht, wie immer. Wie immer, wenn ich Papier anfassen darf, macht das Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich auch drauf, dass wir bald George weiterfüttern und ich bin so gespannt, was er dann zu dem Journal von meiner Tochter sagt. Ich bin so gespannt. Ich kann es euch gar nicht sagen. Die Spannung. Ich kann sie kaum aushalten. Nun entlasse ich euch mal an euren eigenen Basteltisch. Ich freue mich, dass ihr da wart und sage, bis demnächst in diesem Kino. Bis zum nächsten Kino.